Balzer Julius von Kalbutz Auch Balzer war ein preußischer Oberst. Leben Balzer Julius war Angehöriger des mit seinem Neffen, dem preußischen Oberst Friedrich Christian Heinrich von Kalbutz, im Mannesstamm abgegangenen märkischem Adelsgeschlechts von Kalbutz. Seine Eltern waren der Kurbrandenburgische Kornherd im Regiment des Generals der Reiterei, Prinz Friedrich II. von Hessen Homburg und Erbherr auf Kampel Christian Friedrich von Kalbutz und Margarete von Ruhr. Der preußische Oberst und Ritter des Ordens Pur Lemaid Kaspar Friedrich von Kalbutz war sein Bruder. Kalbutz trat in die preußische Armee ein und war 1713 gefreiter Korporal im Infanterieregiment. Er machte mit diesem Regiment 1715 den Pommernfeldzug mit und avancierte im Regiment bis zum Major. Kalbutz hatte in den ersten beiden schlesischen Kriegen gekämpft. Im Februar 1746 erhielt er seine Beförderung zum Oberst und wurde gleichzeitig Kommandeur des Infanterieregiment Puttkammer. Am 1. Mai 1750 wurde er Chef des Stettiner Landregiments. Er verstarb in Stettin vor dem 21. September 1752, denn zu diesem Datum wurde Oberst Johann Gottfried von Stockhausen sein Nachfolger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017